. Stolke ist sie macht. Wir wollen in der Ausführungszeit. Wir bleiben stehen. Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Verpiss dich! Du Affe, du! 1 zu 2 1 zu 2 2 zu 3 86. Spiel unter dem Führung für den PSV zum Festzug Kortschutzer der Spieler unter 3-0 2 auch Scheiß Hamburg, Alter! Dickser! Das war's für heute. Das war's für heute. Zwei Teil in der dritte Ecke. Zwei. Zwei Teil in der dritte Ecke. Zwei Teil in der dritte Ecke. Zwei. Eine Minute noch. Zwei Teil in der dritte Ecke. 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 Vielen Dank. Also, 1 zu 3. Mal gucken, ob es überhaupt noch Höhe ausfallen wird. Also, die Nachrenner kann man sagen, das war glaube ich die Auswechslung von Latze oder die Verletzungsbedingte Auswechslung von Latze war am Ende ausschlaggebend. Das ist die Auswechslung von Latze. Ja, die Arena ist wieder still. Aus und vorbei. Also, der FC Schalke 04 verliert das erste Spiel nach 30 Jahren in der 2. Liga mit 1 zu 3. Gegen den Hamburger SV mit 1 zu 3. Ein einziger toller Tor für heute war der Spieler. Idee Nummer 9. Sieben. Der Rollen ergangen ein. Zeig mir den Platz in der Kurve. Wo alle Schalker zusammen stehen. Auf diesem Platz in der Kurve. Wo alle Schalker zusammen stehen. Steig mir den Platz in der Kurve. Wo alle Schalker zusammen stehen. Steig mir zusammen in der Kurve. Mo alle Schalker zusammen stehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Spieler kommen nochmal zurück. Schalke, 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 Schalke. Schalke, Schalke, Schalke. Schalke, 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 Schalke. Es war weiter! 5, 5, 5, 5 Der hört dich nicht! Der hört dich nicht! So, das war's! Der ist das zweite Spiel, dann reiß ich ab! Für mich ist das zweite Spiel gleich fertig! Eine Niederlage! Hier haben wir noch ein paar Banner eingesehen! Ich würde mal sagen! Vorsicht! Ja! Wir sehen uns dann! Ich erinnere mich, ob ich noch mal eine Karte bekomme in den nächsten Wochen! Also frühestens geht es, als nächstes geht, dann geht es! Tschüss! Ich würde mal sagen! Sollte Provokation von so Spassi-Schalke-Ferns, ne? Aber ich würde mal sagen! Bis jetzt zum nächsten Halbspiel! Der Schalke wird uns nicht! Vergiss nicht zu abonnieren! Und den Kanal auch zu abonnieren! Wir aktivieren noch die Glocke! Und... 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 Nun... Vergiss! Aber... Auch nicht! Nehmen wir noch einen Daumen nach uns zu geben! Wir sind jetzt der nächste, was auch immer passiert! Der Tag noch nicht! Bis dann! He's out! Und... 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 Und...